Ja, inzwischen ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Einige Medien sind schon abgezogen hier aus Linz am Gericht. Dort, wo der Hang abgerutscht ist und einige Pflastersteine unter einem Carport von dem weißen Haus, das Sie hier hinter mir sehen, hochgehoben hat. Der Carport ist deutlich verzogen. Es kann sein, dass das Haus einstürzt. Deshalb darf niemand mehr rein. Der Bewohner ist auch raus und auch das Haus rechts daneben ist nicht mehr bewohnbar. Da sind die Bewohner ebenfalls rausgegangen. Und ja, man muss jetzt sehen, wie es weitergeht. Im Moment werden Stäbe in den Hang geklopft, damit das Wasser ablaufen kann. Ob das Haus tatsächlich heute oder in den nächsten Tagen noch einstürzt, ist noch unklar.